Diese Wohnung liegt in bester Lage in der Zollner Innenstadt. Das Haus wurde im 18. Jahrhundert errichtet und die Wohnung 2014 komplett neu saniert und bestens ausgestattet. Es wurden die Sanitärräume, die Bodenbeläge, die Wände und die kompletten Elektroinstallationen erneuert. Die Immobilie verfügt über folgende Raumaufteilung. WC mit Handwaschbecken, tolles Badezimmer mit Dusche, moderne Einbauküche mit allen Einbaugeräten, zwei Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Büro und eine hofseitige Terrasse. Die Immobilie wird mit einer Gastherme beheizt und die Vermietung der Wohnung erfolgt mit 1.09.2017 befristet bis zum 31.12.2021. Die Provision beträgt zwei Bruttomonatsmieten. In unmittelbarer Nähe befinden sich übrigens Kindergärten, Schulen, Sport und Freizeit sowie Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche weitere Infrastruktureinrichtungen. Und sollten auch Sie eine Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten haben, dann wenden Sie sich am besten direkt an Immobilien plus 11 GmbH und Co. KG. Wir kümmern uns gerne und professionell um all Ihre Anliegen rund um Immobilien.